Arbeitslosen sind im Mittel überall präsent. Sie sitzen auf den Parkbänken und trinken an jeder Ecke. So darf es nicht bleiben. Wir brauchen eine Wende. Der Drogensolidaritätszent. Ein Cent von jedem im Monat reicht, um allen Arbeitslosen zu geben, was sie brauchen. Freude. Mit der neu gewonnenen Energie können gemeinnützige Arbeiten bewältigt werden. Endlich sind die Arbeitslosen mal sowas nützlich. Jetzt arbeiten alle. Ich wähle... Homopathik. Homopathik für alle. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.